ok guys I am back with the experiments now for the batteries nochmal auf deutsch, ich bin zurück, hat einen Augenblick gedauert, ich muss noch ein paar andere Sachen erledigen ja und hier sehen wir nun die drei verschiedenen Rots die ich hier gemacht habe hier sehen wir hier diese drei Rots, ich benutze suche ein reading glass, es ist ein sehr interessantes oder sehr interessantes Accessories, so ich kann das ein bisschen sharper machen, Macro Mode so you get a camera with Macro Mode, if I do it right, hopefully sometimes it will do way better anyway, you see here, this is a Zarmak Dura fixrot it's pretty dark already, but I just measured the ohmical resistance of the surface and it's still conducting we really want to have a surface which does not conduct so we have these non-conductive layers to shield the metal also wir wollen praktisch einen nicht leitenden Oberflächen layer haben der praktisch die, ähm, die Trennung zwischen dem leitenden Magnesium und dem nicht leitenden, äh, der nicht leitenden Oberfläche macht so dass wir da praktisch so eine Art, ähm, wie heißt denn das so ein, äh, ja, also wir brauchen praktisch einen nicht leitenden Coating wo halt die Ionen halt durchgehen können, aber halt, äh, ja, oder der Stromfluss durchgehen kann, aber die Oberfläche nicht angegriffen wird so we need a coating where the electricity can go through so the electrons or ions can get through but, um, the, um, the metall is not corroded or not so fast corroded now I hope you can see that um, let me see if I can show you the measurements with one hand uh, with one hand it's, it's pretty, um pretty bad to do I will do it in the next video so